Auch Loops können kräftig durch den Reißwolf gedreht werden. Hier zuerst das Originalfile. Anschließend wird ein Raster über die Waveform gelegt. Leider kann man nicht die Größe des Rasters ändern und auch nicht in die Wellenform der Stellung reinzoomen, was das Editieren mitunter ziemlich frickelig macht. Bei einigen anderen Sounds sieht das Raster aber schon wieder anders aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Wer schneller zu verrückten Ergebnissen kommen möchte, kann dies über die Randomize-Funktion machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Beim Editieren ist es schade, dass man die Werte nicht mit gehaltener Maustaste editieren kann, sondern jedes Mal neu reinklicken muss. Das kann das Editieren erheblich erschweren und verlangsamen, wenn man zum Beispiel, wie in dem Kompressor, den Effekt erstmal aushaben möchte.